Ich bin Deniz Geyer aus München. Ich war jetzt zum ersten Mal bei Günther. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich war auch ein bisschen skeptisch. Der Kurs der letzten zwei Tage hat mich komplett in meinen Grundfesten erschüttert. Aber nur positiv. Ich habe komplett neue Dinge gelernt. Ganz neue Aspekte. Ganz neue Betrachtungsweisen. Und ich bin nur begeistert. Und ich will mehr. Und ich will noch mehr.